hallo meine lieben und herzlich willkommen bei holst und tv sagt euch der opa mario der alte zack ich meine anschuhe zuvor guck ich erst meine rosen taschen okay ich habe schon keine anschuhe mehr gesucht aber früher schon aber dann hätte ich nur zwei dass du schneller aufgefallen bist einer einen kann man ja immer mal noch so das sollte klappen das haue ich manchmal auch durch andere wirst du wie lange ich da drauf lassen muss was sie nun noch ein ihr seid ja gefährlich passen sollte das passen sollte das hier nicht zum dank der überm rand bitte nicht dann bleibt auch hier ich bin ja schon bevor das so geht schweiß schnupfen ich bin krank muss ich? berührt noch das kann doch nicht im wasser sein geile kamera flucht einwandfrei der obligatorische randbesuch beim scheitern so was haben wir denn da halben halben und denn an welcher stelle bist du? das ist immer das ist immer ne das war zu viel glaube ich ach ich weiß doch auch nicht ich mach jetzt ich mach jetzt mal probieren siehst du? schade, ne? schade na gut, ne? die sollten wir aber wenigstens noch schaffen gott sei dank brauchen wir nicht vom rand aus losballern ja, ich schätze jetzt mal so ne sache, ne? gut chance gut chance oh und wenn wir die stufe fertig haben mit dem köln in dem wendern in dem sieben schade dann schade schade naja 172 schade 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 die schade ab schade auf auf vor in jene ne Spanier. Schon ein Rahmen. Mein Angstgegner. Weil der ist so gefährlich, ey. Das ist aber eine blöde Linie, eine blöde Linie, ey. So, eins. Erstmal eins. Dann sind wir da und dann. Zu toll. Zu toll. Okay, dann nimm mich. Dann brauch ich ihn auch richtig hammerfrei. Oh, ich bin so gut, ey. Oh, ich bin so gut. Okay, durchrocker natürlich. Durchrocker. Dass der reinjagert ist. Ja, das wird der auch klar. GZ. GZ. Unternehmer ein fiktion lasst denающigen Klub auf die Bunker. Der werden wir hier leichter kommen. Welche Lüger, bei der Fähre, wird die Bunker gut aus dem Boden geischert. Der war eine so setsionende Klub auf der Bunker. Der ist glück auf der Bunker. Das ist grüßt mit den Klub auf dem Lüger. So, das ist gut, damit es geht. So, erst mal eine Klub auf der Tee. Von der, die Höhe für den Lüger. to carry the front edge. If not, that golf ball will come falling back off the green into the drain. What kind of shot are they facing here, Henny? He's sitting up here from about 115 yards. Wow, that one was a fairway splitter. Sollte reichen. Macht keinen. Gut. Drüben sind wir schon mal. Great shot here at the 8th, and a chance for birdie. Nine feet to the cup. He's staring down a birdie putt here. Der ist sicher nicht mehr. This one's online. doch noch das ist ja wahnsinn oder so kann man sich vertun der mit seiner weißen Beziehungsweise Ich hatte schon Angst, dass er rüberhopst. Man weiß ja nie, wie er unter und ist, ne? Man weiß nie, wie er springt. Jetzt guck ich mir das Loch aber von nahem an. Sonst klappt das wieder nicht mit dem Reinkommen. So, da. Dann kriegst du noch einen. Jetzt. Das sieht wirklich gut aus. Gut. Jetzt kommt er an. Jetzt kommen wir an Colin Morikawa. Wer hätte gedacht, dass wir das sehen würden. Er ist hinter seinem Rival. Kann er das Fremde machen, das ist notwendig? Dann kommt er angerollt. Wie ist der? Wir kochen alle nur mit Wasser. Manche da so, manche da so. So. Jetzt freuen wir uns, wir machen so gut am Kopf. Wahrscheinlich. Das war Bremse. Das war Bremse bei. Gut. Sonst doch eigentlich. Sagen wir es. Ah, gut. Das ist ein gewünschtes Ding, das ist ein gewünschtes Ripper, was ein Schuss. Das ist ein gewünschtes Ripper, was ein Schuss. Neun Meter, ich komme schon gerade dran zum Schätzen. Schätzchen, bitte, bitte, bitte. Schöter, Schöter. 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 Gut. Das war so schön. Einer ist Okay, dass Sie vor dem Cerfen bleiben. Stand conseil. 1.15 Ja, das ist Absehüll. Per Co. wahrscheinlich. Downhill und Absehüll. Absehüll und Downsehüll. Kein Ei. Henny. Die wird schon wissen, was er meint. Hm. Ja, ja. He might have better than this.